15 Spins, 3er Einsatz. Direkt freispielen. Erster Spin. Was kann man da auswählen? Wählen Sie ein Fahndungsplakat aus, um Ihren garantierten Walz aufzudecken. Wählen wir mal die goldene Mitte aus. 25 Walz. Ist das was? Okay, das ist die Mitte. 15 war, 40 war. 25 Walz, okay. Okay. Irgendwann sind wir noch hier im Knastwahn. Mit Modus der Hund. Was ist Balli hier? Balli gibt es hier glaube ich nicht, Arif. Ich weiß es nicht, bro. Schau mal am besten selber rein bei 5, Brinko Lazy. Boom, boom, Gold. Bei der Wahre Diamante sind da gerade auch durchgelaufen. Ehrlich? Gibt es eine Art Diamante bei Big Pass? Krass, hör auf. Krass. Ist auch so tausender Diamante wie bei Floating, oder was? Ist ja krass. Ja, was ist schon los hier? Hopp. Beweg dich, mach was, zeig was. Hör dir mal keine Aktion gescheite her. X5-A-Multi. Und Walkener positioniert. Spare ihn. Letzte Freispielumdrehung. X2-A-Multi drin. Jetzt kommen da alle 5 Wilds rein, die noch übrig waren. Wow. Kann der was? Ja. Was? 550 Euro? Mit was, Mann? Digga, hör mal auf jetzt. Im letzten Spinoch-Schuss gesehen. Ja, ja. Der hat den ganzen Revolverlauf leer geschossen. Alter Freund, ja. Balance steht wieder auf 3.000. Minden? Muchas gracias, amigo. Joа. Joa. 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 Hör 음. Joa. 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 Bis zum nächsten Mal.